Nun, meine Herren, man sollte wirklich mit den Damen nur die Schritte und Figuren tanzen, die man als bekannt voraussetzen kann. Wir wollen uns deshalb alle noch einmal gemeinsam den Grundschritt des Boogies ansehen. Meine Herren, darf ich Sie bitten, die Damen aufzufordern und mit ihnen auf die Tanzfläche zu kommen. Darf ich Sie bitten, vielleicht zwei Reihen zu bilden, damit Sie gleich die bessere Übersicht haben. Wir tanzen den Grundschritt des Boogies. Schauen Sie sich bitte zunächst noch einmal die Tanzhaltung vom Boogie an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017